Hallo und herzlich willkommen bei Bad Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die anderen Digit und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Viel Spaß beim Spiel. Juhu, endlich ein Spiel, was geht. Das ist jetzt schon das fünfte Spiel, was ich heute ausprobiert habe. Und es geht endlich. Hat aber auch lang gedauert. So, dann sind wir halt heute bei Rise of Kingdoms. Ich werde probieren, die Dailies alle fertig zu machen. So wie eigentlich immer. Vielleicht passiert hier was Schönes nebenbei. Ja, und dessen. Beanspruchen. Beanspruchen. Hier noch was? Nee, ne. Warum muss man sich die immer jeden Tag anschauen? Naja. Was habe ich hier noch? Kommandeur. Kann ich beide in einen? Nee, ne? Nein. Glaub nicht. Kannst du die wo? Okay. Da habe ich eine 15 stehen. Machen wir die kurz. Machen wir die kurz. Abschicken. Da ist der rote Punkt. Der wird wohl schräg dann da bleiben, ne? Nee, ist auch weg. Gott sei Dank. Ich lenke das immer so ein bisschen ab, wenn da überall immer diese roten Punkte sind. Oh, die Händlerin ist da. Schnell bevor sie weg ist. Die ist noch 10 Minuten da. Okay, ich brauche solche Sachen immer. Eins, zwei, drei, vier. Dann mal gerade das wechseln. Ist auch eine Quest. Ich muss fünf Sachen kaufen. Habe schon ein paar mehr gekauft. Zumindest eine Sache mehr. Das reicht mir auch. Das wäre eigentlich gut. Ich bezahle 40 Holz. Bekomme 50 Dingens wieder. Nahrung. Hier bezahle ich 70 Nahrung. Oder Mais. Bekomme 10 Holz wieder. Ist auch gut. Naja, egal. Das brauche ich aber nicht. Aber so kann man dann Geld mitmachen, ne? Ein Barbaren auf der Karte angreifen. Naja. Kraftwerk Level. Oh, ich bin ein fremdes Gebiet wieder drin. Also sprich, wenn ich jetzt was abernte, farme, dann muss ich bezahlen. Ein Prozent von denen, was ich gefarmt habe. So, erstmal die Truppe aus. Ich nehme die hier in letzter Zeit nur noch. Oh, die wird mir mal angezeigt. Das ist die stärkste anscheinend von meinen Leuten. So, die da mal schön kämpfen. Ich schaue mir hier die weiteren roten Punkte an. Oh, ich bin eine Brude. Einmal gratis öffnen. Einmal gratis spielen. Okay. Ich muss noch Leute heilen, deswegen muss ich einen angreifen, der Stufe 9 ist. Aber ich brauche 50 verletzte Leute. Und bei 9 weiß ich, dass sind so um die 60. Und 60 reicht mir ja. Was bei der Kriegerin doof ist, die macht immer so einen Angriff, da macht sie hier ringsherum das hier schaden. Und wenn da jetzt noch ein anderer mit dabei steht, dann greift der mit ein. Das ist dann ganz böse immer. Halloween war gestern. Heute ist der erste. Gut. Jetzt sind die Verletzten einmal heilen. Ich habe Verletzte 49 nur noch. Boah, Mist. Da muss ich gleich nochmal kämpfen. Ich glaube, da muss ich jetzt mal Level 10 annehmen. Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Alles voll. Da komme ich erst rein, wenn Akademie 10 ist. Okay. Dann geht es hiermit weiter. Ein Gebäude muss ich aufwerten. Ja, ich schicke mal erstmal hier die Leute an. Warte, da war was zum Verbessern. Hier. Den muss ich aufwerten. Genau. Die kann ich trainieren. Die kann ich trainieren. Und den kann ich trainieren. Ich greife nochmal Level. Oh, ich probiere mal Level 10 jetzt. Oh, wenn ich da jetzt mit der Frau angreife. Und die stehen da in der Nähe. Dann sieht das nicht gut für mich aus. Deswegen muss ich die wechseln. Und ich nehme... Die ist auch Level 9 nur. Und wird sie mir mal vorgeschlagen. Ja, nehme ich ihn hier. Oder kann ich den nicht nehmen, weil ich den immer hier oben reingesetzt habe. Wo war das? Kann man da... Sammelgeschwindigkeit schauen. Doch. Naja. So ein langer Kampf. Sieg. Gut. Dann geht's weiter. 750. Ich bin im fremden Gebiet. Also muss ich... bisschen mehr sammeln. Ich bin im fremden Gebiet. Jetzt sammle ich grad... Sammelkommander... Traglast... 200.000... Das dauert mir so lange. Ich nehme nur die Reiter. Ich würde mal sagen 8600 reicht. Was für eine Quest habe ich denn noch da? In der Buchsburg. So. Ach, rekrutieren müssen wir ja auch noch. Schauen wir mal. Die haben wir frei. Die haben wir frei. Die haben wir frei. Die Golden kann ich ja alle benutzen. Oh. Ich glaube die habe ich schon. Königin Tamara von Georgien. Friedrich der Erste. Den habe ich glaube ich noch nicht. Bestätigen. Ich habe einen legendären Held. Das ist vorbei. Und da komme ich nicht weiter. Die anderen Leute spielen nicht. Nicht schlimm. Fährt ein Gebäude einmal auf. Wenn wir den einmal beschleunigen. Dann haben wir noch einen fertig. 10 Minuten. Eine Minute, paar Sekunden ist er fertig. Dann kommt das nächste Gebäude dran. Jawohl. Dabei. Schau wenig. Dabei. Silbertruhen. Noch drei Stück. Eins. Zwei. Drei. Bestätigen. Quest fertig. Ah. Noch nicht ganz. Genau. Den Schub brauche ich. Und den nächsten Schub. Den Holzschub. Steinschub. Haben wir auch noch. Danach habe ich auch noch einen einzigen. Ich brauche wieder Steinschub. Ähm. Sammelschub. Den habe ich glaube ich gar nicht. Ach doch. Habe ich doch. Einen einzigen. Danach hatte ich noch einen 24 Stunden Schub. Auch gut. Wissensrollen. Wissensrollen. Die habe ich neu. Einen. Einen. Und die bei neun jetzt. Aber erstmal den hier. Auf Level. Ich muss fünf Rollen benutzen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Kommt. Die kriegt auch noch einen. Fünf. So. Fähigkeit. Eine Fähigkeit. Nicht schlecht. Jetzt schon eine Fähigkeit. Talente. Erobern. Führung. 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 Ach. Heilung ist doch gut. Das war es. Mehr wie nicht. Freiheitskämpferin ist das wahrscheinlich ja. Frieden zu halten. Fähigkeiten. Eingliederung. Gehen wir auf. Frieden. Das war's. Mehr Punkt hat sie nicht. Hier ist etwas. Fähigkeit. Gut. Talente. Infanterie. Hochraumfähigkeiten. Und hier Talente. Kavalerie. Vielseitigkeit. Und Mobilität. Hier habe ich die Talente. Angriffe. Eroberen. Führung. Hier habe ich die Talente. Garnision. Fähigkeit. Kavalerie. Verteidigung. Sammeln. Die muss aufs Sammeln gehen. Kann ich die da zurücksetzen? Sammeln. Ich werde mit ihr sammeln. Weiß ich noch nicht. Aber Sammeln auf jeden Fall. Hier habe ich Talente. Sammeln. Gut. Ich bleibe am Sammeln. Talente. Er hat auch Sammeln. Ich brauche 4 Sammler. Dann werde ich den auch nochmal zurücksetzen. Sammeln. Sammeln. Sie hat die Talente. Umfühlsattigkeit. Angriff. Talente. Vielseitigkeit. Kavalerie. Mobilität. Talente. Sammeln. Talente. Äh. Kämpfantrie. Talente. Äh. Der war auch Sammeln, glaube ich. Ja. Aber ich kann auch nichts mehr zurücksetzen. Aber kein Problem. Ich habe ja jetzt schon mindestens. Eins. Eins. Zwei. Drei. Boah. Vier. Fünf. Fünf Sammler will schon. Ah. Hier. Sechste Sammlerin. Also ein Sammler. Gut, gut, gut. Hier. Auch eine Sammlerin. Egal, ich habe ja jetzt erstmal genug. Ähm, ja, das ist, wo der hier, was macht der am meisten? Talente, Stein und Geld, Geld und die andere Dame war, wer war denn das gewesen, die hier? Nein, ah ne, das war der, der hier war das, genau, den schicke ich einfach da drauf, naja, ah ja, Talente, die wird die Bäume sammeln, ach so, Holz. Ah, hat keinen Talentpunkt mehr, ja, Talentpunkte 0, ok, für Holz habe ich schon mal jemanden. Talente, ich würde mal sagen, der macht Gold. Das waren alle Talentpunkte. Dann habe ich noch diese nette Dame, die wird jetzt im Ernten eingesetzt. Oh, geht gar nicht darüber. Muss wahrscheinlich die Beine machen, ne? Na gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Sammler. Und damit bin ich auch schon fertig. Kaum zu glauben, aber ich habe es geschafft für heute. Jetzt wollte ich noch einmal kurz, ah, hier einmal die Leute ausbilden, für das nächste Mal. 300 Bogenschützen werden ausgebildet. Was soll ich bauen? Was soll ich bauen? Ok. 13 Sekunden. Zu schnell. Und jetzt. 50 Sekunden. Das warten wir auch noch mal kurz. Rechte noch was Neues, was ich bauen kann? Ich glaube nicht. Nee. Straßen. Freue ich nicht. Es reicht nicht für diesen Preis. Gut, gut, gut. Ah, was mache ich hier? Da. Nochmal. Eine Minute. Kann ich beschleunigen? Eine Minute. Die haben die Höhe von Level 6, Level 7. Und die Level 6, Level 7, Level 7, Level 9, Level 8. Habe ich genug. Gut, gut, gut. Aber ich habe nur Steine sammeln, die es mal gehabt. Normal habe ich die anderen sammeln auch noch. Holz und Nahrung. Auf jeden Fall werde ich Nahrung sammeln gleich los schicken. Und einmal Holz sammeln. Oder erst Holz sammeln und dann. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Schauen wir mal nach. Wir sammeln. Holz und... Kann ich den sammeln? Ich dirigerai den Peuple de Normandie. Das war meine neue Baumfellerin. Ich habe Tragelass von 237. Der hat 600. Das ist zu viel. Hier ist ein Loch. Ich suche mal nach einem Holz. Level 1. Level 2 ist das kleinste, ist 300. Reicht auch vollkommen. Kann ich sowieso nicht mehr tragen. Wie 237. Marschieren. Und Nahrung. Die sind so. Acabao. Die können nur noch 50.000 tragen. Ich habe so wenig Leute. Deswegen habe ich erst Holz genommen, ich konnte mir schon denken, dass ich so wenig Leute habe, weil Holz fehlt mir am meisten. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich verlasse das Spiel. Bestätigen. Ich fülle mein Ticket ab. Endlich habe ich das Ticket. Juhu. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem nächsten Video seid. Bis dann, viel Spaß. Tschö.